Jo Leute was geht ab? Herzlich willkommen zu eurem neutem Video auf meinem Kanal und heute seht ihr sicherlich schon machen wir unsere kleine Serie weiter und ich habe die Klasse von Freezy, die hat am meisten Likes, zwei Stück insgesamt und da habe ich einfach mal die genommen. Danke, dass ihr so viel eingeschickt habt, sehr nett. Wie gesagt, es geht immer nach Likes, also bitte liked die Kommentare eher von den anderen Zuschauern und was habe ich eingepackt? Ich habe hier die Manowar, der hat geschrieben soll ich spielen, mit Thermal, also er hat geschrieben Reflex und Thermal, also weil es geht ja nicht, aber da er in den Klammern eben noch mal geschrieben hatte, sorry aber Thermal musste sein, denke ich mal Thermal wird es sein. Dann ist der Griff dabei, ups, schafft ist dabei und schnell zielen ist dabei. Als Perks haben wir aufgespürt und Plünderer bei und unsere Taktik ist die Schockladung. Punkteserien müssten wir noch haben, wie gesagt, das ganze findet ihr hier alles live statt. Ich glaube das war Drohne, Cerberus und was war das letzte? Und Wraps. Alles klar, da ist jemand aber... So Leute, wir joinen auf Combine, so wie es aussieht und ich hoffe, dass es jetzt hier was wird mit der Manowar. Ich könnte mir vorstellen, dass es echt eine schwierige Waffe wird. So mit Thermal und so mit dem Reinscopen ist echt nicht leicht. Ihr könnt es ja auch gerne mal ausprobieren, dann schickt ihr mir einfach den Link oder so bei YouTube. Dann gucke ich mir das mal an, ob ihr das so leicht hinbekommen habt, ob ihr mich vielleicht geschlagen habt und mehr Kills hinbekommen habt als ich. Würde mich interessieren. Kann man ja vielleicht auch so mit einbringen, dass ihr vielleicht die gleiche Klasse irgendwie spielt und versucht damit was zu erreichen oder zu schaffen. Okay, hier ist keiner. Ich weiß nicht. Alter, es kann doch nicht sein, Digga. Guck mal. Guck mal, Digga. Was soll da? Alter. Guck mal, ich habe mich noch nicht mal getroffen. Ja, ich hasse manchmal mein Leben, ne? Sowas das betrifft, naja. Jetzt seht ihr natürlich auch die negativen Seiten hiervon. Oder zum Beispiel das Live, ne? Muss natürlich alles sein. Also wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal das ausprobieren. So zocken wie ich. mit der gleichen Klasse und mir den Link schicken. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht. Eigentlich müsstet ihr das wahrscheinlich hochladen bei YouTube oder so. Kein Plan. Könnt ihr ja machen. Könnt ihr ja auch immer hochladen. Wenn ihr Bock habt, dann verlinkt ihr mich da drauf in der Beschreibung oder so und dann noch einen Link zu mir. Und dann gucke ich mir das auf jeden Fall mal an, was ihr dahin bekommen habt. Und ob ihr vielleicht bei manchen Klassen genauso verzweifelt wie bei ich. Aber ich finde das eigentlich eine gute Idee, so ein Community-Projekt. Gefällt mir auf jeden Fall. Und ich denke, dass euch das auch gefällt. Und ich hoffe, dass es irgendwie hier auch gut wird, dass da vielleicht ein paar Szenen bei sind, die echt nice sind und nice werden. Und dass ich euch auch einen Content biete, der eigentlich hier relativ gut ist und auch gesehen wird. Sonst will ich, wie gesagt, ich schneide es nicht. Das soll ja auch irgendwie leicht sein. Weil hinterher, wenn ich nur meine Kills zeige, dann ist das irgendwie ein bisschen vielleicht langweilig. Aber so kann man noch ein bisschen plappern. Zieht im Hintergrund noch was. Ich weiß es nicht. Ich möchte mich da noch nicht festlegen. Aber ich möchte... Ich sehe einfach, wie das irgendwie läuft. Oder ob es läuft oder ob es gar nicht läuft. Wie die Wiedergabe ist und sowas alles. Und das hinterher dann vielleicht doch nicht mehr gemacht wird. Die kleine Serie. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Und ich werde sehen, was das alles bringt. Und bitte euch natürlich, die Kommentare gut zu liken. So, jetzt aber komm. Genau. Einsatzpunkt wird gewechselt. Wir haben 0,1. Okay. Das fängt natürlich super an, ne? Die Serie, zweite Serie, zweiter Tag oder zweites Mal. Und sowas beginnt. Guck, das sieht aus wie so ein Schneider. Der zoomt richtig rein. Das ist voll belastend. So, weil er ringsherum nichts mehr gesehen wird. Na, kommt er? Ich entscheide mich mal für eine etwas defensivere Spielweise, weil ich ja der Wahl habe. Und Urashi jetzt nicht direkt hier rauf. Weil ich gerade so gut gestorben bin. Komm, jetzt gehen wir mal. Ui. Den haben wir. Okay. Die Friesel hat uns dann eine Steiberfalle gegeben. Verleihen wir die mal dahin. Da ist er noch eh, oder? Ich spüre das, glaube ich. Ah, da ist er. Jawoll, Jungs. Es steht für uns 2 zu 1. Das ist natürlich sehr schön. Und ich hoffe, dass es irgendwie was wird. Und das denken die sich auch. Alter, was spielt der voran. Der Klasse, der... Ich glaube, die Klasse ist zu schlimm, ey. Freezy, Freezy. Ich habe auf jeden Fall was gut bei dir. So. Jetzt versuchen wir hier noch was hinzubekommen. Jawoll, wir spielen gegen drei Gegner. Absolut nice, Jungs. Na, komm, wir rushen wir direkt mal durch. Aber okay, das ist natürlich alles dabei. Wenn man... Oh, dieses Verzielen ist voll krass von der Waffe. Jawoll, wir machen aber trotzdem nochmal hier. Aber der kommt da. Jawoll. Alter, was war das? Hab ich mich erschrocken, Junge. Jawoll. Hier steht 3-1. Die Gegner gehen komplett raus. Vielleicht wird es eine kleine Runde, Jungs. Drei Kills. Das wäre natürlich krass. Aber es wäre natürlich jetzt auch ganz nice, wenn man irgendjemand nachjoinen würde. Von dem Gegner. Jawoll, der spielt auch mit Thermal. Guck mal, Thermalbrüder sind wir, Digga. So, wir gucken. Bis jetzt joint keiner nach. Das ist natürlich echt ärgerlich. Und wir haben noch einen Gegner. Alles klar, Digga. Was soll ich hier von Live-Serien hier bringen, wenn... Wenn das hier so aussieht. Naja, vielleicht bringen wir dann noch eine Serie, Digga. Oha. Oha, irgendwie hat der gesnipet. Ah, die Assis, Digga. Jawoll. Wir haben vier Kills, Digga. Das ist natürlich krass. Guck mal, der ist gegeben, glaube ich, oder? Wie habe ich den? War der angehittet? Ah, ich habe den zwei Schüsse und Hedgehog gegeben. Ja, krass. Naja, Leute. Ich denke mal, ich werde noch eine Runde spielen. Das war jetzt echt kurz, oder? Ich gucke jetzt mal kurz auf die Zeit. Auf die Zeit, auf die Zeit, alles klar. Auf die Zeit und dann zocken wir noch ein kleines Rundchen. Also bis dahin. Auf jeden Fall. Bis gleich, Digga. In die nächsten Lobby.